Servus liebe Freunde, hier ist euer AnaquanaTV. Heute ein ganz spezielles Ding wieder und zwar hat der liebe Rebunev schon wieder etwas unglaubliches wahr werden lassen. Und zwar wir haben den Lotus Wasserfilter hier wieder in der Premium Ausgabe und ich werde es euch mal ein bisschen gleich was erklären und ja, zeige euch ein bisschen was. So liebe Freunde, hier haben wir einmal den großen Kanister, dann haben wir hier einen schönen Bambussockel und wenn wir hier kurz mal rüber schwenken, dann haben wir hier die Kartusche, die das Ganze filtert. Das Ganze läuft hier oben rein, das Wasser und dann geht es einmal durch Aktivkohle und dann durch Steinschichten, meine Damen und Herren, die das Wasser dann auf Quellwasserniveau bringen. Aber vorher gibt es natürlich noch ein paar andere Schritte, die wir beachten. Ja, da geht es. Wir haben hier den Vorfilter. Das Ding tut mikro klein alle möglichen Bakterien, Viren sowie aber auch Mikroplastik filtern. Das könnt ihr der Bedienungsanleitung entnehmen. Das ist wirklich das beste Wasserfiltersystem, das ich kenne. Und ja, das kommt jetzt da rein in den Vorbottisch, wo dann das Wasser eingefüllt wird und später zeige ich euch dann, wie das Ganze dann aussieht. So liebe Freunde, das Ding ist fertig gebaut. Einfach nur geil. Ja, wie gesagt, oben kommt das Wasser rein, wird durch einen feinen Filter gefiltert, dann wie die Kartusche beschrieben, Aktivkohle, Steinschichten, fertig. Da kommt jetzt noch so eine kleine Ummantelung für Lichtschutz rein und wenn man mag, kann man auch Mineralsteine reinmachen. Es ist das beste, sauberste Wasser mit Laborprüfung. Keine vergifteten Sachen mehr drin. Also kein Ibuprofen, Babypille, Uran oder sonst irgendwas. Das Ding filtert 99,9% aller Giftstoffe aus eurem Wasser. Mega geil. Danke, Rebo. Mega geil. Danke, Rebo.